Moin zusammen, schön, dass ihr wieder da seid und jo, willkommen zurück hier auf der NF-Marsch. Samstag? Kommt das hin? Müsst doch eigentlich, ne? Ich hoffe ja doch. Ja, Schlepper ist wieder abgestellt. Ich habe gerade da oben bei den Missionen geguckt. Also 66 ist fast fertig. Die 77 läuft. Joa, ich habe mir das jetzt gerade noch einmal in der Pause rausgesucht, das hier andere Mikro. Hatte mir jetzt gerade mal so gedacht, ich zeige euch das einfach mal. Da haben wir's. Saja, im Prinzip ist es dasselbe. Was ich jetzt auch habe, ist, ich denke eigentlich, wenn ich mir das mal meins angucke, von der Größe glaube ich gleich. Bis auf natürlich den, ja, bis auf diese zwei, oder es sind sogar zwei Features. Gut, denn die Einstellung habe ich bei mir auch dran, es ist dasselbe. Da sieht man so einen kleinen hier, ja, so eine Sonne könnte man sagen. Da kann man tatsächlich die RGB-Beleuchtung einstellen. Bei meinem hier geht's nicht. Ähm, und das hier zum Beispiel, da ist jetzt, ne, ganz normalen USB-Anschluss und eben halt auch der Couture-Anschluss. Wo ich ja eigentlich ein bisschen drauf oder hinterher bin. Was ich wieder witzig finde, wir haben das hier in Schwarz. Dann wird einem das ja nochmal in Weiß vorgestellt. Auch noch. Kostet genau dasselbe. Und dann haben wir es nochmal in Pink. Aber da kostet es da. Es ist natürlich billiger, ne. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das jetzt wirklich in... in Pink kaufen wollen würde. Weiß ich jetzt nicht. In Weiß könnte ich mir das auch vorstellen. Da stehen noch die... Ja, die Bezeichnung, die USB und Klicken-Anschluss und... So. Äh, war das jetzt... Naja, das ist jetzt wieder weg. Verdammt. Ähm... Ja, hier unten wird es auch nochmal gezeigt, dass man denn da... Man kann es auch in einer bestimmten Farbe nur leuchten lassen. Geht auch. Also... Oder ebenso wie meinst du das auch macht. Äh... Zwei Farben, die immer schön übereinander gehen, sozusagen. Ähm... Und äh... Bei dem her, glaube ich, konnte man das jetzt auch ganz ausmachen. Also ich finde es jetzt gar nicht mehr schlimm. Ich habe mich da jetzt dran gewöhnt. Äh... Für mich ist es im Endeffekt nur schön, wenn es leuchtet, weiß ich, dass es an ist. Wenn ich jetzt nämlich drauf tippe, dann weiß ich, dann ist es aus. Braucht ihr jetzt nicht weiterreden, weil dann hört ihr mich nicht mehr. Ähm... Wenn man natürlich jetzt in der Kategorie unten weiter guckt. Es ist... Da natürlich äh... Also es ist schon heftig, was man echt für Mikros ausgeben kann. So. Äh... Gucken wir doch mal immer mal durch hier. Ja, das sieht gut aus. Oh, der wartet. Ja, das hier wird noch ein bisschen dauern, denke ich mal. Ich weiß auch nicht, ob ich vielleicht wäre. Er ist jetzt bei 25%. Obwohl, ne das geht ja nicht. Unser Drescher hat ja noch einen 12 Meter Schnellweg. Der hier hat ja einen 13,8, ne. Hm. Ja. Na gut. Theoretisch kann ich auch sagen, ich setze den Drescher an. Baue für den Drescher, ne. Und da schneidet er einen neuen Kurs. Und hab dann im Endeffekt zwei Drescher mit zwei verschiedenen Kursen auf einem Feld. Äh... Ey, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich mein... Na gut, funktionieren wird das wahrscheinlich auch. Schöner wäre es, wenn natürlich die Schnellwecker gleich wären. Weil dann bräuchtest du nur eben den Kurs von dem Kollegen da kopieren und setzt den Drescher irgendwo weiter da hinten an. Und lässt den einfach fahren, ne. Vielleicht bräuchte man denn vielleicht noch einen Abfahrer. Denke ich. Ja. Hm. Irgendwie habe ich immer noch nicht so richtig, ähm, plan. 73. Wie groß ist denn? 73. Wie groß ist denn? 73. Wie groß ist denn? 73. Aber was muss denn auf der 73 drauf? Hopfen. Boah, nehmen wir den dicken dafür, oder? Joa. Würde ich sagen, oder? Nehmen wir unsere Viseemaschine. Ja. Oh. Aufhören müssen wir sie. Ah, ich will ihn. Ja. Ich schmeisse einmal den Dünger raus würde ich sagen. Ja. Ich schmeiße einmal den Dünger raus würde ich sagen. Ja. Ah, das war wieder gut. Ah, das geht. Das geht denen jetzt wieder nicht. Okay, dann wollen wir noch mal eben zum Henner rüberfahren. Äh, was war das jetzt noch? Hopfen, ne? Was der jetzt drauf sollte, ne? Oh. Ja. Man sollte ja eigentlich auch nicht, äh, beim Fahren sich auf andere Sachen konzentrieren, ne? Dann könnte man auch noch so von Glück sagen, dass wir in einem Spiel sind. Oh, das war toll. Äh, hier, wir sehen ja den Abstrapper hier vom Händler. Also, ich hab den so tatsächlich noch nie probiert. Ich hab den einfach nur zusammengepowt und da hin gestellt. Äh, für den Fall, falls wir mal tatsächlich einen brauchen. Äh, Okay. Okay. Ich muss mich mal einmal kurz orientieren. Wo müssen wir denn jetzt hin? Wir sind hier. Und wir müssen da hin. Okay. Ja. Ich muss mich mal einmal in der Richtung fahren. Also, es hört sich echt da oben an, als wenn die da oben schon wieder irgendwie die Bude auseinanderreißen oder so. Äh, keine Ahnung. Trampolin springt vom Bett aus auf den Boden. Ich weiß ja nicht, wie oft man das immer noch sagen muss, oder wie oft man bitten muss. Ich meine, Kinder hin oder her. Das sind so klein sind die auch nicht. Na, können wir schon hier rein? Oder müssen wir eine weiter? Ne, wir müssen weiter. Ja. Es sei ja, falls man tatsächlich auch immer was hören sollte. So, ne? So dumpfes Gerummel. Ne? Tut es mir echt leid. Ähm. Ich könnte es leider nicht ändern. So. So. Kommen wir von hier aus? Da so hin? Ne. Wir müssen links. gleich nicht vergessen, dass wir noch Hopfen einstellen müssen. Oh. Ich finde aber auch trotz alledem irgendwie dann immer noch interessant, dass, obwohl jetzt ja hier auf der Karte habe ich ja das hier Seasons aus. Ähm. Es gibt keine Ballmission, ne? Ich weiß nicht, ob das schon den ein oder anderen aufgefallen ist. Das hier. Aber wir sind schon da. Ähm. Okay. Also so ein bisschen, auch wenn man jetzt, äh, sagt, ich spiele jetzt nicht unbedingt mit Seasons. Äh. Oh ja. Ist das ja nicht fertig? Ach ja. Hat ich schon gerade gesagt, ne? Die Fruchtart. Äh. Oh ja. Äh. Wo war es denn jetzt? Äh. Hauptfrau. Man. Ich muss dafür den Ding da einfach finden. So. Also. Es ist schon interessant, äh, ne, das zu beobachten, dass trotz alledem das Spiel, äh, ein bisschen eingreift. Denn trotzdem in dein Geschehen, auch wenn du jetzt nicht mehr Seasons spielst, ne? Was ist das alles hoch? Toil so? Damit kann ichدا. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oder wo ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. So, das wird jetzt wieder ein bisschen eng hier, aber es müsste gehen, naja, so. Aber ich denke mal, der Verbrauch ist auch human, ja, solange wir keine Zwiebeln ansehen, also, das war ja, ja, schwierig. So, das war ja, ich denke mal, das war ja, ich denke mal, das war ja, ich denke mal, das war ja. Oh, 66, ist gleich fertig, also, es wird nicht mehr lange dauern, aber es ist nicht in dem Sinne, äh, so fertig, dass wir dann sagen können, wir schließen jetzt ab. Obwohl, wie ich das so langsam das Spiel kenne, wird wahrscheinlich, äh, alles abgeendet werden müssen. Und hier, wahrscheinlich auch, äh, so ein kleiner Schlick muss noch weggebracht werden, damit alles funktioniert. Oder, damit die abgeschlossen werden kann. Oh, ich sehe gerade da oben in dem, äh, in mir, ne, hat da oben, äh, das mit der Saatstrecke kannst du bei Hopfen auch nicht einstellen. Das freut mich ja wieder. Na gut, so groß ist das Feld hier, nun auch nicht, dass wir, äh, Suche raushauen jetzt. Mal wieder anheben. Ah, gehen wir dazu hin, ja, oder? Ja, passt. So, aber ich sag mal wieder hier, das passt, das mal für die Folge. Ich sag danke fürs zugucken. Und, äh, so, wenn ihr Bock habt, gerne morgen wieder reingucken. Werdet denn morgen wieder hier sein. Ähm, gerne ein Däumchen da lassen, wenn uns recht gefällt. Und, so, ansonsten, würde ich sagen, ziehen wir uns gerne morgen wieder. Okay, dann, plaudere ich, bis dahin, ciao, ciao.